Leute, ich hoffe ihr hattet einen richtig geilen Start in die neue Season 18. Heute startet wie versprochen die erste Verlosung und ich möchte euch verraten, wer in dieser Season das Erbstück bekommt und den Prestige-Skin. Doch zuerst zur Verlosung, damit ihr vorher schon mal Bescheid wisst, ich lasse zwischen den Verlosungsvideos ungefähr 48 Stunden Zeit, damit jeder auch Zeit hat mitzumachen. Heute gibt es die allerersten 1000 Coins zu gewinnen bzw. das ist das erste Video für die Verlosung und in ca. 48 Stunden ziehe ich dann den ersten Gewinner für 1000 Coins, dann 6700 Coins und zum Schluss 11500 fette Apex Legends Coins. Ihr wisst also Bescheid, was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst zum einen Abonnent meines Kanals sein, ich kontrolliere natürlich den Gewinner, ansonsten wird ein anderer gezogen. Daumen hoch optional wäre natürlich wie immer eine feine Sache. Ihr müsst einen Kommentar hinterlassen mit dem Codewort COIN oder Coins. Ich blende es hier nochmal ein, so wie ihr es hier auf dem Bild seht unter der 1000, das Codewort Coins mit S hinten dran. Groß, klein geschrieben, ist völlig Hupe. Und ihr müsst in dem Kommentar natürlich auch hinterlassen, auf welcher Plattform ihr spielt, damit ich weiß, welchen Code ich anfordern muss bei EA. Und natürlich Instagram ganz wichtig, damit ich euch privat kontaktieren kann bzw. ihr mich anschreiben könnt. Achtung hier, ich bin der Gewinner, dann prüfe ich auch, dass ihr der Gewinner seid und dann bekommt ihr den Code ein, zwei Tage später ungefähr. Und dann könnt ihr euch über diese Coins freuen. So, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, also abonnieren auf jeden Fall. Das Wichtigste, wer bekommt in dieser Season sein Collection Event? Es wird Fuse sein. Und es ist das Razors Edge Erlum Set, so heißt es. Und das Collection Event nennt sich Harbingers Collection Event. Das zum einen, wie es aussieht, was es genau sein soll, kann ich euch leider noch gar nicht sagen. In den Leaks, jetzt seit dem Release von Season 18, haben die Dataminer noch nichts in den Quellcodes gefunden. Wie es aussieht, auf jeden Fall wurde aber in den Quellcodes genau das gefunden für das Collection Event. Und Revenant passt natürlich zu Season 18. Revenant soll den Prestige Skin bekommen. Ob das jetzt tatsächlich ein echtes Modell seines Prestige Skins ist, kann ich euch leider nicht sagen. Das habe ich aber gestern entdeckt. Brandneu. Es könnte natürlich die Stufe 3 sein. Sieht echt extrem heftig aus. Aber ob es Revenant ist, weiß ich leider nicht. Inhaltlich für dieses Video ist einfach nur wichtig, dass ihr wisst, dass Revenant den Prestige Skin im Laufe der Season bekommt. Und das war es soweit von mir. Wie gesagt, in ca. zwei Tagen gibt es dann die Auflösung für die erste Verlosung. Und zeitgleich in demselben Video dann die zweite Verlosung für die 6700 Coins. Also, ihr wisst Bescheid. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.